Der zweite Fehler, den Selbstständigen machen, kein Überblick generell über die eigenen Finanzen. Die wenigsten Selbstständigen können dir sagen, wie viel Gewinn sie letzten Monat gemacht haben, wie viel Umsatz sie bis heute gemacht haben, wie hoch die voraussichtliche Steuerbelastung sein wird, wie hoch die bisherigen Steuervorauszahlungen waren. Also diese ganzen Kennzahlen können dir die wenigsten Selbstständigen tagesaktuell nennen.